Wenn ein Milliardär der Meinung ist, er möchte was abgeben, dann soll er es einfach tun. Aber ein Gesetz draus zu machen oder eine Umverteilung zu machen, das halte ich für den falschen Weg. Der, der freiwillig mehr geben will, soll es tun. Keine Frage. Aber bisher höre ich nur, sie würden. Ich habe noch keinen gehört, der es gemacht hat.